Leute, ich war heute beim Einkaufen und was soll ich sagen, die ersten Wägen voller Klopapier. Sag mal, geht's noch? Was wollt ihr denn mit dem ganzen Klopapier? Haben wir nicht im Frühjahr gelernt, dass es für alle langt? Was muss man jetzt hamstern? Muss man in Deutschland wirklich so viel kacken oder was? Erklärt mir doch bitte... Sebastian, alles okay bei dir? Äh, nochmal. Erklärt mir doch mal bitte jemand, was man mit so viel Klopapier möchte und warum man so viel... Sag mal, was ist denn das? Sebastian? So, was möchte man mit so viel Klopapier? Was? Halloween! Das ist doch jetzt nicht dein Ernst, oder? Alter Schwede! Sanna, will ich nur noch von Irren und Bekloppten umgeben? Passt auf euch auf und bleibt gesund! Tschüss! Ich liebe euch heute mal. Vielen Dank.